Rheinisch-deutsche Kaltblüter sind beeindruckende Tiere. Bis zu 1000 Kilo kann ein Hengst wiegen. Dabei sind sie aber ausgeglichen und gelehrig, beschreibt Ralf Finke die Rasse. Neun der seltenen Rösser hält er auf seinem Hof bei Franke Nau. Dabei sind die Tiere aber nicht nur zur Zierde da, sondern arbeiten auch fleißig. Sie helfen zum Beispiel bei der Wiesnpflege, ziehen Touristen auf Planwagen durch die Landschaft und helfen bei der Waldpflege, indem sie beim Holzerücken eingesetzt werden. Im Herdbuch stehen heute nur noch weniger als 1500 rheinisch-deutsche Kaltblüter. Dabei war die Rasse zwischen den Weltkriegen in Deutschland sehr populär. Doch dann kam in den 50ern der Traktor. Mit der Mechanisierung der Landwirtschaft wurde die Arbeit der Tiere immer unwichtiger. Im Westdeutschland verschwanden sie fast ganz. Für den Erhalt der Rasse setzten sich nur noch wenige Idealisten ein. Im Osten allerdings wurde die Pferderasse erfolgreicher weitergezüchtet.